Sie ist keine Alltagsfliege, sondern der kleinste Serienstar auf Toon Disney. Wir haben hier alle megatonnenweise Spaß. Aber Vorsicht, Maggie ist nicht ihre Artgenossen. Ich fall vor dir nicht auf die Knie. Sie weiß genau, was sie will und kocht ganz gern ihr eigenes Süppchen. Ist es verschimmelt und braun? Lass es uns reinhauen! Ist das der Oberhammer oder was? Disney's Maggie.